Wie kann man sich im realen Leben gewährleisten? Im realen Leben würde ich sagen höchstens 10. Mehr kann man eigentlich gar nicht gewährleisten. Online bis eine Million. Es heißt, man kann sich bis zu 150 Leute merken. So halte ich es auf Facebook. Ansonsten mache ich, was der Sache dienlich ist. Und wirklich gute Freunde habe ich um die 20. Also ich weiß nicht, wie viele Freundschaften im Netz normal sind. Aber wenn man so von Kontakten ausgeht, dann denke ich mal, dass man so mit 100 Leuten gut was gemeinsam machen kann. Für so digital fixierte Menschen wie mich sind 500 bis 600 bis 700 Freunde bei Facebook überhaupt nicht unnormal. Das ist der Durchschnitt. Für normale Menschen wie meine Schwiegermutter oder mein Schwager sind wahrscheinlich 150 schon recht anständig. Tausend Freundschaften im Netz sind möglich. Und ob das normal ist, ob das wirkliche Freundschaften sind, das muss jeder für sich selber erfahren. Ich finde es wichtig, mehr als die Hälfte meiner Online-Freundschaften auch persönlich zu kennen. Ganz schön viele. Aber da ich mir sowieso schlecht Namen merken kann und lieber mir interessante Leute merke, würde ich sagen, vielleicht so richtige Freundschaften. 40? Verschlebe. 5. 4. 12.